Ich glaube nicht, dass man das planen kann. Ich glaube, ich habe das versucht und die Sachen, die ich als Hits empfunden habe, da ist nichts draus geworden. Und dann lade ich so einen Scheiß hoch, totaler Krempel und das bekommt dann manchmal Millionen auf, so Millionen Klicks. Das kann ich selber nicht, kann keiner eigentlich irgendwie vorher sagen, ist unmöglich. Und was ist das? Du hast mir gesagt, das Sprache von Radler. Was ist das? Ja, Radler ist, es steht vor Fahrradler, es ist ein Fahrrad, es ist ein Bicycle. Das ist nicht ein richtiger Wort. Ein Radler? Fahrradler? Ist das authentic? Radler, like a bicycle man. Do you know what it is? Spezi. What is that? Also Mezzomix? Oh, es hier steht, Cola küsst orange. So this is Cola. Oh, sexy. Is that a German candy though or no? Kinder Kaubombong. Also ja schon, that's... Is that German? No, that's French. Patermacher. I think that's French. Oh. Yeah, maybe that is why. Because Germans would not have Hitler. Hitschler. Is that a German purchase? Hitschler-Candy engine. Hm? Du Plätzchen. Ja, ja. Hallo Lukas. Hallo Maria. Willst du schwimmen gehen? Lieber nicht, das Wasser ist immer so nass. Können wir spazieren gehen? Oh, leider nicht. Ich hab meine Sonnencreme vergessen. Willst du essen gehen? Ja, dann riecht mein T-Shirt nach Mattjes. Oh. Du bist ein Schattenpacker. Ja. Ich ess gern Schokolade. Äh, aufgeregt. 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 Ja, aufgeregt. So, say hello to all the Germans out there. Hallo Leute, wie geht's? What does that mean? Äh, what's up? How are you guys? Is that German? Ja, Pratwürste. How about... Du hast wohl nicht alle Tassen im Schrank. Dirk als Vorbild genommen, weil der ist einfach sich selbst und sehr eigenartig. Und ich versuch genau auch so zu sein. Also in dem Moment, wo ich so mach, was andere machen, das klappt eigentlich auch nicht. Also versuch ich, ich mach's so... Ich bin so flula wie möglich. Alles läuft ein bisschen schneller hier und lockerer. Ich glaub, die Sachen... Ja, versuch mal mal das, versuch mal mal das. Und ich glaub, das ist nicht unbedingt was Amerikanisches. Ich glaub, das ist was an L.A. Und die Leute wollen einfach schnell was zusammen basteln. Mal sehen, was daraus kommt. Kein Druck. Mal sehen, ah, nee, hat nicht funktioniert. Okay, was Neues, was Neues. Und das gefällt mir. Oh! Please, dear God, help me. Sie gehören aber nicht in diese Klasse. Sie gehören aber nicht in diese Klasse. Was war das? Hm? Was haben Sie getrunken? Mhm. You're right. I don't speak your language. But I am a good person. I mean well, I've been abandoned. Waren Sie irgendwas früher beim Spielplatz? Zu viel Spezi? Mit ein bisschen Wodka? Na, steh auf. Wir gehen jetzt zum Herrmeister Gibbons. Aber sofort? Meinen Sie, ich mache Spaß? Alright, come on. Let's go see Principal Gibbons. Ich kann mich mal, wie es geht. Und dann geht es. Vielen Dank.